Ich habe mal gedacht, früher als mit so einem Freund von mir haben wir uns überlegt, dass wenn wir dann irgendwie mal 80 sind oder 85, wir wissen, wir sterben bald, dann nehmen wir uns hier ein Maschinengewehr, gehen auf die Straße und ballern alle Leute um uns herum ab. Aber mittlerweile, und uns danach selbst, aber mittlerweile glaube ich, ist das ein bisschen doof. Da haben wir einfach nicht dran gedacht, dass die anderen Leute ja auch noch Familie haben und so. Da waren wir, als wir das überlegt haben, waren wir vielleicht 12 oder 13. Da war das so eine Art von Freiheitsgefühl, mal auf alles scheißen. Na, ich will einfach nur noch leben, auf jeden Fall noch in einer ordentlichen Ecke. Aber ich habe für mich das Gefühl, dass ich bisher in meinem Leben schon wahnsinnig viel erlebt habe und auch Gutes erlebt habe. Und auch Schlechtes, aber auch schon sehr, sehr viel Gutes. Ich würde sagen, das ist schon ein reiches Leben gewesen bisher. Jetzt muss ich mir aber was überlegen. Und sie? Wo sind Sie zu Hause?